Musik Oh, guck mal, was dir liegt! Na, die kenn ich doch irgendwo her! Na, zeig doch mal her! Ach so, das bin doch ich, du blöde Kuh! Hey, was hast du Lust? Oh, ich hab gestern einen Schwangerschaftstest gemacht. Und? Waren die es halb schwer? Musik Oh, Inge! Lass mich doch mal zur Hintermitte setzen! Musik Ich habe gestern einen tollen Typen kennengelernt. Gut aussehend, intelligent, einfach toll. Aber er sagte zu mir, er wolle mich nur platonisch lieben. Weißt du, was das heißt? Äh, nein, aber warst du zur Sicherheit lieber mal den Arsch? Musik Mensch, Carla, stell dir vor, ich war gestern im Kaufhaus und plötzlich war Stromausfall. Ich steckte zwei Stunden im Fahrstuhl fest. Du, ich war auch da und ich musste zwei Stunden auf der Rolltreppe stehen. Musik Ach, Mann. Hallo. Was denn? Mein Vermieter will, dass ich bis Monatsende ausziehe. Oh, Mensch, hast du einen Glück? Meiner will das jeden Abend. Musik Oh, Mensch, Carla. Oh, guck mal, Carla. Hier unten liegt ein Euro. Damit kann man bestimmt telefonieren. Hallo? Hallo? Ich sehe jemanden. Hallo? 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 Hallo?